Do you wanna know a secret? Ja, das geht doch spannend. Legen wir los. Die Stunde neun. Auf geht's. Die Stunde neun. 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 Die Stunde neun, die Stunde neun. Das Hauptziel. Wir sollen bis zur Evakuierung durchhalten. Dann machen wir das doch. Was ist in meiner Kamera? So. Da rein. Aktor bauen. Das inbauen. Noch 19 Minuten und 30 Sekunden. Das kann ja nicht werden. 20 Minuten. Ich drehe durch. Mineralien abbauen. Und einer davon. Ja. Dieses Vespin-Gas. Da brauchen wir ja auch was. Da ist das Artefakt. Oh, was da. Und ihr lauft da hin. Dann machen wir mal ein paar Kreuze. Und ihr lauft da hin. Ja, der Bunker ist leer. Ich sehe das. Schön. Und ihr habt sich gar nicht Glück, Material um was herzustellen. Was ist das? Ah, da kommt er jetzt. Ja, das war's. Wo ich lande dann sicher. Gleich immer draufs Ballande. Ich krieg die Kriege. So. Ja, das sieht doch gut aus. Nee, das will ich aber nicht. Warum beraten die mich an? Ja, okay. Das ist Krieg, aber... Und die wollen mal ein cooles Artefakt haben, aber das kriegen sie nicht. Wasser. Nein, nicht so wichtig ist. Ich brauche nur Material, um den Krieg zu gewinnen. Ich will keine Rebellen retten. Na ja, mal gucken. Vielleicht später. Wenn da noch Zeit aufhört. Ich brauche nur einen WBF. Also, bauen als Unterkunft. Ich mach mich. Langsam kennen wir die Kombination. Und auch 17 Minuten und 12 Sekunden. Das wird anstrengend. Aber wir schaffen das. Gemeinsam. Gut. Wo läuft der hin? Okay, durch den. Ach, der Baumhinderradien ab. Alles gut. Das dauert mir zu lange. Bau. Feuer frei. Warum schießt keiner? Und warum seh ich keine? Vielleicht ein Fehler. Ähm. Wie war ich denn? Ich weiß, ein Bunker. Ich bin mir jetzt brauche ich dafür. Dann wollen wir lieber erstmal noch ein paar einhalten. Wenn das jetzt die Flugdinger sind. Das ist aber gemein. Das war die Bedrohung. Ja, da hoffe ich, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ach, genau. Ich wollte hier. Bunkerball. Ich wollte einmal mal. Mir ist langweilig. Wir machen nichts. Weil wir machen schon was, weil wir sind gekriegt. Aber... Doch, wir greifen mich ein bisschen mehr an. Ach, wieso bin ich... Ach, wollen die nicht arbeiten? Ich bin mir wundert. Und jetzt arbeiten wir direkt. Und so. Alles wird gut. Ich könnte ja jetzt so tun, als ob ich das spiel kann, aber... Naja. Er hat mich jetzt schon wieder angeschrien. Ich bin auch auf. Naja. Entschuldigt, das gehört eigentlich nicht da rein, aber... Ich habe eh nichts zu tun. Von daher macht es sicher nicht. Ich habe noch ein bisschen... Ich habe noch ein bisschen... Ja, ich habe noch ein bisschen... Soll ich da jetzt hinlaufen, oder was? Schade, denn... Vielleicht nicht alle, wenn das mir ein paar hier... Nicht den BWF, den BWF... Nicht den BWF, nicht den BWF... Aufhören... Nicht die Zaschen... Und die kann man eben... Und die kann man eben... Nicht den BWF... Nicht die Zaschen... Nicht die Zaschen... Nicht die Zaschen... Ah, jetzt haben wir das Bonus-Zirkel gemacht, ne? Haben wir die noch in? Ich dachte, die werden viel weiter weg. Huh, nein, böse! Töte es! Ich liebe es, wenn wir mal spielen, die Aggressionen rauslassen können. So. Ja, wenn ich wieder da bin. Ja, aber ich bin der, und euch geht's gut. Zumindest noch. Wer weiß, wie die letzten zwölf Minuten laufen werden. Und ich brauch mehr Unterkünfte. Baum. Nein, das ist nicht gerade. Das ist nicht gerade. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Ja, das ist nicht. Das ist hier oben! Das ist nicht abbauen. Nein! Das ist nicht grad. das scheint nicht allzu oft hier vorzukommen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles super schaffe und da kommt gleich noch mehr und ich beplatte, also ich halte mich zurück. Ich habe jetzt zwei mal Rebellen gerettet, aber bitte die dritten, oder ob ich die Sachen gefunden habe. Ich dachte jetzt auch nicht so, dass ich das mal wieder hinbekomme. B, U, Z, zweiter Bunker. Mach mal Platz, dafür lebt man mir das Ding auch da aus. Danke. 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 Kost hat er. Hilfe, ernsthaft! Wir haben nicht einmal zwei Sekunden gelebt! Wie viel da rein? forty five. Jetzt muss ich mir anbauen, dass ich mir Mineralien aufbaue, wenn ich nichts mehr muss. Und es ist Halbzeit. Und ich lebe noch. Ein Taxi für uns alle. Es. Jetzt kann ich. Raketenpumpen. Oh, wie machst du ein Ding da? Dreimal WBS? WBS. Es sind drei Buchstaben. Wo kann ich mir drei Buchstaben nicht merken? Scheiße. Wieso denn diesen Leichensäck? Ich will die Dinger mit Sicherheit nicht einpacken. Am besten gar nicht fragen. Der macht den Bunker wieder halber. Jetzt bin ich hier drin. Ich komme schon. Ich hole euch ab. Auf los. Toll wenn. Duola. Du bist sehr warm. Du bist sehr warm. Ich schaffe das jetzt nicht gleich tatsächlich. Thema führen. Ach justice. Ach du hastINA das? Und hier ist 20 Sekunden. Ach so, der kann mal hier rüberlaufen. Das ist kein Problem. Das ist schön. 1, 2, 4. Hauptsache schön beleuchtet, ne? Dann würde ich bloß auffallen, indem ich angreifen könnte. Ich verstecke mich hier und warte auf meine Abholung. Ein bisschen logisch dahinter, aber gut. Ich glaube, wenn man anfängt Videospiele zu unterfragen, dann ändert das auch mal ganz komischen Schienen. 7 Minuten 35 Sekunden. Jetzt 32. Und die Zeit läuft. Um es ein bisschen dramatischer zu machen. Braucht das denn was? 25 Sekunden. Ganz viele Türme bauen. Weil es kommt noch nur Bodeneinheiten, dann wird bestimmt noch etwas aus der Luft kommen. Ja, kaum spreche ich davon, kommt es auch schon. Ach, ich habe das Bonus hier erfällig. Extra. Irgendwas. Okay, Geld, keine Ahnung. Hauptsache, aber das extra. Wir freuen sich mal. Nein. Nichts Wichtiger. Nur ein neues Häuschen. Können wir schon mal nicht. Ich habe das hier aufgebaut. Kann das unten wie hier. Ist ja der Bunker. Jetzt kann ich mich ja hier aufzubauen. Weil ich habe hier alles, ähm, obwohl, ne, das steht eben, ruhig das vorhin. Obwohl, die können auch hier rumlaufen. Ja, je nachdem. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Einmal einsam Medizintüten. Die Fische haben 6 Sekunden gelebt und ihr braucht Hilfe. Ein bisschen Dramatik, aber schlicht halten bitte. Ich spreche mit Spielfiguren, was ist denn los mit mir? Damit du auch schon was zu tun hast, was du auch sagst. Ne, ist doch was. Da freut sich immer mal jemand, der das schön freut sich im Krieg zu sein und Häuser zu bauen. Auf alles, was sich bewegt. Oh, da kommt was. Und noch mehr. Jetzt geht es aber rund hier. Noch 3 Minuten 5 Minuten Sekunden. So langsam müsste was kommen. Sonst habe ich hier ein bisschen zu viel aufgefahren. Aber das ist ja zu viel oder zu wenig. Mein Artefant. Das ist meinsch. Meinsch. Das soll jetzt nicht komisch kommen, aber es ist meinsch. Ich habe es erbeutet. Das nimmt mir keiner mehr weg. Ich will es nur verkaufen. Die letzten 3 Minuten haben begonnen. Das könnt ihr übrigens hier oben sehen, aber ihr seid wahrscheinlich nicht blöd. Die Restausnahmen habe ich jetzt genug. So viel bauen wie geht. Und mehr. Bauliste ist voll. Bauliste ist voll. Ich kann lesen. Ja. So. Ich will hier nicht mehr weg. Deswegen ist es so sehr sehr. Schleim, Boden, wie auch immer man das nennt. Ich habe bestimmt einen Fachbegriff hat, aber ich kenne den nicht. Tut mir leid. Ich werde ihn bestimmt noch kennenlernen. Aber ich habe gesehen, dass hier ein anderer Boden ist. Also das könnte man mir schon mal als Kompliment anrechnen. Einmal frisch den Sack zum Mitnehmen, bitte. Zwei Minuten und ich glaube nicht, dass da wirklich viel kommt. Ich brauche jetzt zwar unfassbar viele Einheiten, aber. Jetzt können wir ja vielleicht mal tauschen, dass das Ding hier hinstellt. Und das. Weil das IP ist eigentlich unnötig, aber. Da stehen schon so viele. Da stehen schon so viele. Und hier steht kaum was, aber das reicht nicht. Eine Minute noch. Ab jetzt. Die Kamera ist hier. Zeit lassen. Ja ok, wir sind nicht in Bedrängung. Also. Zumindest die Sagen sind in Bedrängung, aber wir sind's. Naja. Oh, Flugflücher? Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Ja, wie ich vermute, hat er nicht allzu lang. Naja. 20 Sekunden und... Da ist noch niemand umgefallen von meinem Leuten oder? Ich meine jetzt Conse. Ich kann ja die Prümen, ne? Nein, die letzten Sekunden brauche ich keine Prümen, das dauert eh länger, also... Denk mal, wir haben gewonnen. Ja, komm. Jetzt bin ich mal gesch... Ja, geschafft. Wo kommen die denn jetzt alle her? Waren ich vor nicht mal 10 Sekunden noch alles auf meiner Seite? Und jetzt überrennen die meine Base? Also irgendwas ist da faul. Man muss wahrscheinlich ums dramatischer zu machen, das verstehe ich ja. Ja, echt? Wo das Artefakt? Jetzt müsste er blau am leuchten, bestimmt ist das auch am Leben. Habe ich gewonnen? Habe ich jetzt gewonnen? Ja. Erfolgerung. Die Stunde Null. Missionszeit 20 Minuten. Missbelohnung. 55.000. Was sind das? Credits, ne? Ja. Das war die Mission Nummer 3. Ich hoffe, wie immer euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Das will ich hoffen. Ja. Bis zum nächsten Mal. compact